Sisi Mithresh oder Korienis war ein sukdianischer Territorialherr, dessen schwer zugängliche Burg im Spätjahr 328 v. chr. von Alexander dem Großen erobert werden konnte. Konfrontation mit Alexander dem Großen Im Herbst 328 v. chr. zog Alexander von Marag an da kommend in Autarka ein. Hier erfuhr er von der nahegelegenen Felsenburg des Sisi Mithresh, der sich der Unterwerfung ihm gegenüber verweigerte. Bereits im Frühjahr desselben Jahres hatte Alexander die als uneinnehmbar geltende Felsenburg des Ariamazes erobert. Den sogenannten Sukdischen Felsen, was er nun am Fels von Korienis zu wiederholen gedachte. Der genaue geografische Standort dieses zweiten Sukdischen Felsens ist unklar, wenn er aber in der Nähe zu Nautarka lag. Muss er in der Bergregion des südlichen Usbekistans am Flusslauf des Kaschskdario oder im westlichen Tatschikistan um Panschaken verortet werden. Allerdings wird er auch mit der Burg Kuino in einem Gebirgsmassiv südlich von Faisabad im Nordosten Afghanistans vermutet. Laut Arienmaß der Felsen 20 Stadien Höhe mit einem Umfang von 60, Strabon gibt 15 Stadien Höhe und 80 im Umfang an. Geschützt wurde er von einem tiefen Graben. Als Zoroastria war sie Simithrash mit seiner leiblichen Mutter verheiratet, die über mehr Courage verfügt haben soll als er. Mit ihr hatte er zwei oder drei Söhne und drei Töchter. Nachdem Alexander mit seinem Herr vor dem Felsen aufgezogen war, begann er eine mehrere Wochen andauernde Belagerung. Während er tagsüber die Felswände bestürmte, ließ er in den Nächten unter dem Kommando von Pedikas, Petolemius und Leonard aus den Graben mit Gestein und gefällten Baumstämmen auffüllen, um den Boden bis an den Felsen heran für seine Truppen und Belagerungsmaschinen gangbar zu machen. Bevor es allerdings zur finalen Erstürmung kam, signalisierte Sisi Mithrash seine bedingungslose Kapitulationsbereitschaft. Vermittelt wurde diese von seinem Landsmann Oxiates, der ihn übrigens für den größten Feigling auf Erden hielt. Für seine Aufgabe wurde Sisi Mithrash in Gnade nun in die Gunst Alexanders aufgenommen und als dessen Vassal im Besitz seiner Burg und seines Landes belassen, was für einigen Unmut unter den makedonischen Gefährten des Eroberers sorgte. Dieser rechtfertigte seine Handlungsweise durch das Vertrauen, dass Sisi Mithrash mehr seiner Gnade als den eigenen Mauern entgegengebracht habe. Allerdings musste dieser auch zwei seiner Söhne als Geiseln in die Gefolgschaft Alexanders überstellen. Als weiteres Entgegenkommen gegenüber Alexander öffnete Sisi Mithrash die Vorratskammern seiner Felsenburg für dessen Truppen, die seit mehreren Wochen unter andauernden Winterstürmen und Hunger gelitten hatten. Durch die weitere Zuführung von 2000 Kamelen und mehrerer Herden von Schafen und Rindern hatte er die Ernährung des Heeres für weitere zwei Monate sicherzustellen. Zum Abschluss der Versöhnung veranstaltete Sisi Mithrash auf seinem Felsen ein großes Festbankett, bei dem er unter anderem 30 Jungfrauen, darunter seine Töchter, zum Tanz auftreten ließ. Laut Kürzius Rufusch wurde Alexander hier auf die mittanzende Roxane aufmerksam, die er kurz darauf heiratete. Wohl als Dank für die erwiesene Gastfreundschaft und Bewirtung bekam Sisi Mithrash etwas später 30.000 Rinder von Alexander geschenkt. Untertitelung des ZDF, 2020